Ja moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge und letzten Folge Crunch Time TV. Heute nicht mit Kata, letztes Mal war es schon mit Isa. Ein neues Gesicht in der Runde und zwar unser lieber Patrick Möllenkamp aus der ersten Herren. Nabelnd. Ja, heute stand das Final Four, die Final Four Spieler an. Wie ihr seht, wir beide strahlen schon mit zwei Riesenpokale. Wir konnten sowohl im Frauen- als auch Herrenbereich beide Pokale für uns einfahren. Danke Isa. Ciao. Ja, im ersten Spiel gegen M. Stetten. M. Stetten hat eine sehr defensive und gute Abwehr bei uns gespielt. Wir haben ein bisschen gebraucht, aber konnten das eigentlich ganz gut über die Bühne schaukeln. Einmal kurz auf Kai-Uwes Spickzettel schauen. Wir gewinnen 21 zu 15 gegen M. Stetten. Im Finale haben wir dann gegen Kursheit gespielt. Das war bei uns auf jeden Fall spannender. Das war irgendwie so ein Auf und Ab. Letztendlich zählt der Sieg. 22, 23 lautet das Endergebnis. Plus ein Pokal und 250 Euro für unsere Mannschaftskasse. Und du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie bei euch Männern das so abliegt. Ja, soll ich das festhalten oder hältst du das? Ja, ich soll das festhalten. Ich soll das festhalten. Ja, erstes Spiel haben wir heute gegen Hiltrup gespielt. Haben uns tatsächlich sehr, sehr schwer getan, auch wenn das Ergebnis vielleicht gar nicht so danach aussieht. Viele technische Fehler immer noch drin. War alle auch so ein bisschen mit sich selber unzufrieden nach der Niederlage gestern Abend. Wir wollten heute eine Reaktion zeigen. Das ist uns im ersten Spiel ja durchs Ergebnis geglückt. Spielerisch vielleicht nicht so sehr, aber das haben wir dann im zweiten Spiel im Finale wieder wettgemacht gegen Hiltrup, wo wir tatsächlich sehr konstant das Ganze durchgezogen haben. Und somit für die Mannschaftsfahrt nach Willing, glaube ich, ganz gut vorgesorgt haben und den Pott nach Hause geholt haben. Sehr gut. Ich weiß es zwar gerade nicht, aber wann steht dann euer nächstes Heimspiel an? Unser nächstes Heimspiel ist, glaube ich, mein ich am 27.04. ist ein Samstagabend 19.30 hier gegen Menninghüffen. Hinspiel haben wir gewonnen. Wäre quasi, ja, schon ein wichtiges Ding da, gerade nach der Niederlage gestern Abend gegen Werther. Und ich glaube, ja, lohnt sich auf jeden Fall reinzukommen. Ja, sehr gut. 27.04. habt ihr ja schon mal voll auf Zeit. Alle eintragen 19.30 hier in der Halle. Ja, und da es ja auch unser letztes Video ist, möchte ich noch einmal Danke sagen. Danke an alle Helfer, Sponsoren, Unterstützer, Familie, Freunde, die immer in der Halle waren. Aber vor allem auch Danke an Mia und Dana für die Saison oder für das diesjährige Jahr mit euch zusammen. Wir mussten uns ja leider schon letzte Woche offiziell von euch verabschieden. Jetzt mache ich es nochmal offiziell von KonstammTV. Genau, vielen Dank für das gemeinsame Jahr. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Und dann würde ich sagen, gibt es jetzt erstmal eine längere Pause. Ihr werdet uns länger nicht mehr sehen, denn wir gehen in die, wie nennt man das nochmal? Sommerpause. Die Sommerpause, genau, bevor die Vorbereitung wieder startet und im September dann offiziell unsere Saison wieder losgeht. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ciao, ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.